So Freunde, ein guter Kumpel hat mal gesagt, der Handwerker ist nicht der, der er ist, sondern der ist das, was er tut. So, und nach dem Motto bauen wir heute unser Studio auf. Achtung. Gibt's schon gut aus? Nö. So Freunde, Set steht. Jetzt heißt es anpacken. Hier jeweils ein dreijaliges Schnürfrödel. Also ich brauche zwei Löcher, die da... Drei Löcher. Okay. Das klingt aber nicht gut. Ich glaube, das ist scheiße, dass wir die... Parallelgeschlecht haben. Junge, was habe ich da gestern noch gesagt? Ja, okay. Verstehe. Ja, also wir haben gerade erfahren, wir haben ein bisschen Scheiße gebaut. Das war nix. So. Hier. Abisoliert. Zack. Getrennt. Mal angucken, wie man das macht. Achtung, 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 wie man das macht. Bis zum nächsten Mal.